Kunst und Kultur existierten bis Anfang 2020. Danach gab es noch vereinzelt Corona-verträgliche Veranstaltungen unter strengen Hygienebedingungen, bis die Kunst und Kultur dann endgültig aus dem öffentlichen Geschehen verschwand. Der Spahn warnte vor einer neuen Welle des noch unerforschten Virus Covid-27. Geheiligt werden Deine Werke, Deine Musik kommen. Als einzige Unterhaltung ist uns der Sport geblieben. Im vorigen Jahrhundert gab es ja eine richtig vielfältige Kulturlandschaft. Da ja nichts mehr nachkommen konnte, haben wir inzwischen nur noch Themen wie Klima, Gesundheit, Forschung, Gentechnik und so weiter. Er hüllt uns, Künstler, er hüllt, er hüllt uns. Er hüllt uns. Er hüllt uns. Musik